Hallo und herzlich willkommen bei Trading Brothers. In diesem Kurzwebinar erläutere ich Ihnen den Ablauf und die Möglichkeiten unseres Aktientradings mit unseren Handelssystemen innerhalb unseres Trading Brothers Services. Mein Name ist Falk Elzner und ich werde Ihnen an dieser Stelle unser Konzept im Aktientrading auf den kommenden Folien näher erläutern. Aus den unzähligen nationalen und internationalen Aktien haben wir uns besonders hochwertige Aktien zur näheren Untersuchung ausgewählt und eine Auswahl von 170 hochwertigen Aktien zu einem eigenen Index zusammengefasst. Beispiele für unsere Kriterien in der Analyse hochwertiger Aktien umfassen beispielsweise übergeordnete Jahrestrends, exzellente fundamentale Daten, langfristiger Unternehmenserfolg, hohe und oder regelmäßige Dividenden, starkes Wachstum, aber auch bekannte Marken- und oder Marktführerschaft, sowie die Kursvolatilität und ähnliche Kriterien. Dieser eigene Index aus etwa 170 hochwertigen internationalen Aktien wird von uns quartalsweise überprüft und angepasst. Welche dieser hochwertigen Aktien nun davon, wann den Weg in unser Depot finden, entscheiden die Handelssysteme? Schauen wir uns dazu das Konzept und einige Begrifflichkeiten unseres Aktientradings in dieser Übersicht an. Wir führen zwei unterschiedliche Depots. Eines für echte Aktien und eines für gebelte Produkte auf Aktien. Das Handelssystem wurde von uns für den gehebelten Handel extra optimiert. Dazu mussten wir einen eigenen Index nochmal anpassen. Beide Handelssysteme, WWA und WWA-Hebel, generieren beide separate Handelssignale. Beide Signale werden von uns direkt mit der Generierung an Sie per E-Mail herausgegeben. Auch wir setzen diese Signale in unserem Echtgeld-Trading um und haben dafür spezielle Referenzkonten eingerichtet, welche wir auch mit dem Start des TB-Service extra neu justiert haben und starten werden. Wir geben keinen Broker vor, wenn Sie aber Interesse an den weiteren Informationen haben, dann können Sie uns gerne kontaktieren. Alle Signale, die Depotentwicklung, wichtige Börsentendenzen und ähnliche Themen werden von uns in einem wöchentlichen Webinar aufgearbeitet. Auch Kundenanfragen werden in diesem Wochenwebinar einfach und unkompliziert von mir beantwortet werden. Werfen wir nun aber einen Blick auf die zu erwartenden Ergebnisse. Hier in dieser Chart-Übersicht über die letzten 10 Jahre sehen wir in schwarz dargestellt den Verlauf unseres ungehebelten Aktientradings, das WWA. Darunter dargestellt in grün der DAX und in blau der S&P 500 als Vergleichsindex. Wir arbeiten mit einem festen Regelwerk, das heißt diskretionäre Komponenten sind komplett ausgeschlossen, was Angst und Gier ausschließt. Wir arbeiten also mit strikten, festen Regeln, die sich auf die Vergangenheit dementsprechend auch testen lassen. Die Ergebnisse sind bemerkenswert, gerade in Crash-Phasen hat unser Handelssystem bemerkenswert abgeschlossen. Die Ergebnisse hier an der Seite sind konservative Angaben. Der treppenartige Verlauf und die Ergebnisse in den Crash-Phasen sind bemerkenswert und diese stabile Entwicklung ermöglicht es Neukunden jederzeit einen Einstieg in dieses System zu finden. In den wöchentlichen Webinaren werden wir einen solchen Neueinstieg regelmäßig thematisieren. Die Vorzüge habe ich Ihnen hier einmal zusammengefasst. Kontinuierlicher Vermögensaufbau mit stetigem Wachstum über Jahre. Treppenartige Depotentwicklung mit moderaten Verlustphasen. Alle Kosten außer der Steuer sind schon in diesen Auswertungen enthalten. Die gehebelte Variante, die wir ebenfalls herausgeben, hat noch einmal deutlich mehr Potenzial. Allerdings steigt natürlich auch die Schwankungsbreite. Und wir arbeiten mit dem EOD-Prinzip, das heißt End of Day. Damit ist unser Handelssystem gerade für Anfänger, aber auch Berufstätige besonders geeignet. Und wir legen besonderen Wert auf unsere Absicherungsstrategien in den Crash-Phasen. Diese sind extra für solche Phasen optimiert und als eine Absicherung zu verstehen. Der Neustart in dieses Depot erfolgt am 01.09.2015. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und würde mich über eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit Ihnen freuen.